Ja, es ist ja keine Frage, dass ihr gerne weitergekommen werdet gegen Wolfsburg. Das letzte Mal, als Borussia Dortmund so früh im Pokal ausgeschieden ist, ist der Verein am Ende Deutscher Meister geworden. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber kann man durch dieses Aus vielleicht auch so ein bisschen den Fokus schärfen und dann vielleicht in den verbleibenden Wettbewerben, wo ihr noch vertreten seid... Das war 2011, oder? Boah, ich würde es unterschreiben, wenn Sie das so sagen, aber ich glaube, wir müssen, wir müssen one step at a time, also wir müssen kleine Schritte gehen, wir müssen jetzt Ergebnisse holen, wir müssen uns da rausarbeiten und danach können wir irgendwann darüber reden, aber das ist nicht der richtige Zeitpunkt, um darüber zu reden.